Musik Mein Name ist Manuel Röfer. Ich bin Inhaber von Röfer Logistikschulung. Wir bieten verschiedene Ausbildungen an. Ladungssicherung, Kranführer, jährliche Unterweisung und auch natürlich die Gabelstaplerfahrerausbildung. Dabei gibt es zu unterscheiden die Zusatzausbildung zum Gabelstaplerfahrer für die verschiedenen Bauarten oder die allgemeine Ausbildung für Frontgabelstapler. Die ersten Fahrversuche finden in sicherer Umgebung statt. Jede schwierige Situation meistern wir zusammen. Unsere Ausbilder begleiten jeden Teilnehmer während und auch gerne nach der Ausbildung. Was wir seit Jahren erfahren, erlernt und perfektioniert haben, geben wir gerne weiter. Auf unseren Schulungsgeländen in Hildesheim oder Braunschweig können sechs Teilnehmer gleichzeitig geschult werden. Wir legen Wert auf Qualität. Wir wollen unbedingt, dass jeder Teilnehmer die nötige Fahrzeit bekommt in der Praxis, dass wirklich jeder Teilnehmer ausgerüstet ist, wenn es wirklich in den Berufsalltag geht. Für Firmen bietet Röfer Logistikschulung auch separate Termine an, beziehungsweise wir kommen auch gerne zu Ihnen in der Firma und schulen Ihre Gabelstapler mit den eigenen Geräten. Unterstützt wird die Ausbildung durch unser exklusives Schulungsmaterial. Dieses wurde speziell für unsere Schulung erstellt und wird dort begleitend ausgehändigt. Stellen Sie noch heute eine Anfrage für Ihre Mitarbeiter oder buchen Sie noch jetzt eine Einzelschulung auf einem unserer Schulungsgelände. Mein Name ist Manuel Röfer von Röfer Logistikschulung. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören, denn wir machen Ihre Ausbildung aus Leidenschaft. Präsident, röfer logistikschulung. Untertitelung des ZDF, 2020